Wenn ihr im Bereich der Ingenieurwissenschaften promulieren möchtet oder schon mittendrin seid, dann solltet ihr euch unbedingt die 25. Folge des Podcasts Praxisnah vom IPH Hannover anhören. Das IPH ist das Institut, an dem ich als Doktorand tätig war und die Referentin für Public Relations und Marketing, Susanne Reichert, hat mich zu meinem Weg zum Dr. Ing und zu meinem Buch Die smarte Promotion zum Dr. Ingenieur interviewt. Und in der Podcast-Folge erhaltet ihr von mir wichtige Tipps und Tricks, wie ihr den Weg zum Dr. Titel einfacher gestalten könnt. Und ich verlinke euch das Interview hier direkt in der Beschreibung zu dem Kurzvideo. Und dann müsst ihr, das wisst ihr wahrscheinlich schon, erstmal oben diese drei Punkte aufrufen, dann auf Beschreibung klicken. Und dann könnt ihr euch auch aussuchen, auf welcher Plattform ihr euch das anhören möchtet. Also, am besten leicht draufklicken, aufmerksam zu hören und viel Spaß dabei. Tschüss!